Steam stellt erstmals pornografische Inhalte ohne Zensur für Erwachsene zur Verfügung, die Tage des kostenlosen Online-Gamings auf der Switch sind gezählt und Startzeit und Trailer für den Destiny 2 Forsaken Raid sind da. Ich bin Natascha und das sind die News. Es ist soweit. Morgen wird Negligé Love Stories auf Steam veröffentlicht. Damit ist es das erste vollkommen unzensierte pornografische Spiel mit sexuellen Inhalten auf der Plattform. Bereits im Juni hatte Valve angekündigt, dass man in Zukunft alle Spiele akzeptieren wird, die keine eindeutig illegalen Inhalte haben. Wir hatten damals auch darüber berichtet. Jetzt kommt das erste Spiel mit echter Nacktheit und unzensierter Sexualität auf den Markt, wie der Entwickler Darker Studios auf Twitter ankündigte. Möglich ist das, weil letzte Woche die neuen Filter eingeführt wurden. Wer nicht bewusst in seinen Shop-Inhaltseinstellungen anwählt, dass auch Inhalte für nur für Erwachsene dargestellt werden, bekommt Spiele wie Negligé nicht angezeigt. Auf der Produktseite werden natürlich nur Screenshots gezeigt, die keine eindeutigen Inhalte zeigen. Ob Splatoon, Arms oder Mario Kart, wer in Zukunft auf der Switch Online spielen möchte, der muss in wenigen Tagen schon dafür bezahlen. Genauso wie man für PlayStation Plus oder Xbox Gold bezahlen muss. Ein kleiner Trost bleibt allerdings, denn während man bei den großen Konkurrenten über 50 Euro im Jahr bezahlen muss, sind es bei Nintendo immerhin nur 20. Zusätzlich gibt es noch einen Familientarif, bei dem man bis zu acht Accounts koppeln kann. Da zahlt man dann nur noch 35 Euro im Jahr. Außerdem wird Nintendo mit exklusiven Mitgliederrabatten einer Speicherdaten-Cloud und NES spielen für die Switch. Ab dem 19. September kann man den Dienst abonnieren, ab dem 20. September dann schon nicht mehr kostenfrei spielen. Weitere Details und Informationen soll es heute Nacht bei der Nintendo Direct geben. Wir werden auf GamePro.de natürlich darüber berichten. Morgen um 19 Uhr startet Last Wish, der erste Raid von Destiny 2 Forsaken. Und mit einem kurzen Trailer möchte uns Entwickler Bungie schon direkt auf die Jagd nach neuem Loot einstellen. Der Cinematic gibt uns einen ersten kleinen Vorgeschmack auf neue Schauplätze und die Bossgegner des Raids. Viel Miner wollen aber bereits erfahren haben, was für Voraussetzungen man braucht, um Last Wish spielen zu können. Demnach braucht man mindestens einen Power-Level von 520. Empfohlen werden allerdings 550, also nur 50 Punkte unter dem absoluten Maximum. Diese Infos sind allerdings, wie gesagt, nicht bestätigt. Man hört im Trailer die Stimme der erwachten Königin, die Petra Vengie dazu auffordert, einen Trupp zusammenzustellen, die Kreatur zu besiegen und ihr Herz herauszureißen. Los geht's. Wie gesagt, morgen um 19 Uhr und damit startet auch wieder die Jagd nach dem Worlds First. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ein letztes Mal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Das endet nämlich am kommenden Sonntag. Gemeinsam mit Capcom verlosen wir zehn Exemplare der Boxed-Version von Monster Hunter World für den PC. Alle Details findet ihr natürlich unter dem Link in der Videobeschreibung. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß und guten Loot.